9000 Was denn? Schwader So teuer ist das? Naja, einer mit zweieinhalb Meter kostet 5000 Einer mit 3,4 Meter Okay, den 3,4 Meter könnten wir wegnehmen 5900 Dann ist eben schon der nächste mit 4,7 Meter um 8000 Und um 9000 ist einer mit 4 Meter, okay 4,7 Meter 8000 Das hat auch eine Stange Geld, was er für das Ja, das stimmt Ich sage einmal, wenn wir den Wickler haben Müsstest du rechnen, haben wir quasi Geld mal 4 oder 3 Sag ich einmal mal 3 Und dann könnten wir noch immer den Schwader kaufen Ja, stimmt Du hast recht Zuerst einmal auf den Wickler sparen Dass wir wirklich mal dieses Silage-Dings haben Mhm Das macht mehr Sinn, das stimmt Das macht mehr Das macht mehr Das macht mehr Vermess4,0 Meter Das macht mehr 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 zum beispiel haben wir überlegen ob es nicht besser ist wenn wir dann wieder das graus nachwachsen lassen ob wir nicht dann ein zweites mähe verkaufen also dass wir anfangen zu mähen gemeinsam und sobald wir an viertlose haben dann einer umschwenkt auf pressen haben auch im vorsprung da will ich aber fast sagen ich weiß jetzt nicht ob das unsere reaktoren können aber wenn man vorne an der kann sich spannen kann ich glaube wenn es anerkannt und dann erkennt er ist natürlich genial aber dann kann man gleich beides vorspannen es und ja genau und ich mir zusätzlich quasi dann oder ich hatte je nachdem wir den traktor da hat da ist es gar nicht ob das könnte also nicht mal schauen das terminar hat es ist es ist es ist Vielen Dank. Ich meine, wenn du jetzt mal die Arbeit zwitschen willst, musst du sagen, gell? Ja, aber da war es schon, ich wusste. Mich auch nicht. Aber wenn, dann sag's. Ja. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, habe ich in einer Runde 15 Ballen gezählt. Okay. Das ist schon was. Ich glaube halt trotzdem, dass ich, solltest du wirklich dann ansammeln gehen, weil du kommst immer näher. Das ist doch nicht alles. Ich bin nicht dahin. Ich bin nicht dahin. Ich wusste nicht länger. 2200 der sollte jetzt auf jeden fall ausgehen oder auch einfach ich habe mich in den traktorin gespawnt auf den erdhaufen das sehe ich das sehe ich schon vor mir das sehe ich schon glaube ich dass da ein scharfstall drauf auf den erdhaufen wirst du die karte stelle was sie da noch da ist dann genau und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, dass das Mimek mehr wie 20 braucht. Das Mimek mehr wie 20 braucht. Ja, mit dem Ladewagen brauche ich keine PS. Kann nicht so ziehen. Achso, und dass du es dann irgendwo abladest? Genau, dann lade ich es ab und du kannst es so pressen dann. So, ich fahre jetzt immer ein bisschen weiter mit dem Traktor. Wenn ich da wieder Ballen sehe, dann hole ich die, weil da sehe ich da vorne eh auch schon. Ich glaube, beim nächsten Ballen kannst du dann eh schon den Arling holen. Okay. 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 Nein, kann sie auch nicht. Was? Vorne was dranhängen. Okay. So, wenn ich aber abmaufe. Bei dem ersten holt er mir nicht. In welcher Kategorie ist der drinnen? Warten. Da an hinten. Der Ballenladewagen. Also, ich will den Ballenladewagen. Ja, wir haben den Ballen. Ach, 2200. Wer hat nix angezeigt, die haben 3300 angezeigt, dass ich es führen kann. Ausprobieren wir es mal. Was kann er? Oh. Bei dem einen steht zumindest dabei, dass er die Führung an die Ballen kann. Aber wahrscheinlich wird das Modis. Alter, fuck. Was? Okay, bei der Farbe schlagt er mir 200 noch drauf. Falsch. Gut, müssen wir noch einen Ballen verkaufen. Was steht da? Das ist mir der für 2200, oder? Ja, aber wenn du reingehst, musst du für die Farbe 200 zahlen und das geht nicht weg. Was besch... Ja. Einen schönen Tag. so ich fahr jetzt mal bis hell ist und dann sage ich sparen einsammeln und dann sage ich sparen einsammeln Ich bin gespannt, ob die automatisch oben halten oder nicht. Wie man es so automatisch? Ob das Teil ein Sparngut hat oder nicht? Wir haben einen Mod als Sparngut, also ich wollte es eigentlich gehen mit Sparngut. Der Mod funktioniert nicht. Was ich mir immer gerne kaufe, war, dass du extra für diese Rundballen, wo du diese 22 oder 24 draufkriegst oder 21, oder 21, nein 24 kriegst du da. Diesen Ballenwagen. Achso, einen automatischen? Ja. Ja. Sehr gut, aber das kann man es ja nicht lassen. Ja. Der Tortäuer. Das stimmt. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.